Oh nein, ey. Ich habe alles verballert und jetzt steht sie hier rum. Halt die Klappe da jetzt. Ich hätte sie ja bezahlt, wärst du da gewesen. Das heißt, ich muss jetzt diese ganzen Dinger da aufbrauchen. Ich muss ja nicht so dran machen. Ah, Alter, habe ich davon viele. Moment, das mache ich anders. Nach guter alter Souls-Manier. Alles hier reinballern. Und einen nach dem anderen dann aufbrauchen. Ja, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Hau. So, 2000 habe ich schon mal. Habe ich zumindest eine Fahrt schon mal freigelegt. Dann kann ich mir vielleicht jetzt auch noch das ein oder andere Wunder von ihr kaufen. 11. Oh, kann ich die nicht einfach alle zusammen nehmen, ey? Spannend, ne? Was könnte ich erzählen? Ich könnte was darüber erzählen, wie sehr ich mich aufrege über aktuelle Spiele und den Hype, der um die gemacht wird. Und am Ende sind sie der größte Müll. Meiner Meinung nach. Destiny. Call of Duty war von vornherein. Also das Advanced Warfare war von vornherein. Nicht meins. Ich fand die einfach so langweilig, übertrieben, sinnbefreit. Und so eine Überraschung. Oh, Kevin Spacey ist der Böse. An alle die, die ich jetzt gespoilert habe, mal ernsthaft. Das war doch wohl klar. So, fertig. Genug geredet. Ja, Fahrt begehen. Ja. Gehen. Gegenstand kaufen. Södele. Oh. Das habe ich schon. Doch mehr Seelen gekostet, als ich dachte. Ach komm, machen wir noch ein bisschen weiter. Ja, ja, ja. Auf zu quatschen. Was? Ja. Start, 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 start. So. Ähm. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich brauchte diese Seelen eh nicht. Also ich benutze sie dann jetzt halt lieber und investiere. Es ist sinnvoll, dass ich halt auch alle Wunder und sowas da kriege. Weil ich ja auch die Trophäen haben will. Sofern es in diesem Spiel überhaupt die gleichen gibt wie in Dark Souls 1. Und alle Wunder, alle Zauber, alle Hexereien, alle Pyromantien und so weiter. Habt ihr gesehen, ich hatte 6.666 Seelen. Evil. 5.000, auf geht's. Quatsch nicht. Ich würde Gegenstände kaufen. 6.000 habe ich noch. Ich glaube, ich kriege alle. Oh, nee. Hab alle. 100% nicht. Den Ring. Ach, den brauche ich nicht. Später. Ja gut, Ring brauche ich... Ich weiß gar nicht, brauchen wir den Ring... Auch? Rötliches Wasser. Was ich fragen wollte, ob man Ringe auch braucht für eine Trophäe. Aber eigentlich nicht. Was ist denn rötliches Wasser? Ach, das ist oben. Stell TP und Zauberinsätze wieder her. Auch in Ordnung. Oh, die sterben die Leute aber ganz schön. Gegen wen kämpfen die denn hier? Ah, Fettrolling. Das ist natürlich schlecht. Illusion von Unglück. Beherrschung wird benötigt. Kurz gesagt, Vorsicht vor Schnitzer. Da geht's runter. Huch. Ich sehe, du bist jetzt noch kein Gegner. Alter, ist das schmal. Wo bin ich hier? Gegen wen hat der da eben gekämpft? Oder hat er die Tante angegriffen? Das wäre natürlich schlecht. Was ist das da? Sitzt du halt auf dem Stuhl? Lol. Bonfire. 100%ig. Hi. Entschuldigung mal. Entschuldigung mal. Okay. 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 Der Jägerhain. Junge, 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 Junge. Eben wusste ich nicht, wo ich lang sollte. Jetzt mittlerweile kann ich überall lang, habe ich das Gefühl. Da will ich nicht runter. Da fliegt nicht. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ja. Eine Menge Zeug in der Luft rum. Jägerhain. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier richtig bin oder nicht, oder wo ich eigentlich lang müsste. Wahrscheinlich unten bei dem. Oh, er steht auf. Was bist du denn für einer? Ähm. Vorsicht vor Hülle und dann Vorsicht vor Gift. Wie greifst du an? Hier bin ich. Viele Seelen bringen die auch nicht. So falsch kann ich dann jetzt hier auch noch nicht sein, wenn das hier so leicht ist. Zack, tot. Arschloch. Was war das? Für ein Vieh. Oh, hier geht es aber überall ganz schön runter. Sieht so ein bisschen aus wie The Great Hollow. Ey, ihr Penner. Iiii. Das ist ja überall. Abgang. Was war das? So, hier komme ich gar nicht weiter runter. Das ist natürlich jetzt echt ärgerlich. So, unten rennt noch einer. Das schöne Item. Guck mal, du kannst auch nicht sitzen bleiben. Was ist das hier? Grabsteine wahrscheinlich. Irgendwas steht da über mir. Ich habe irgendwelche Schritte über mir gehört. Oh, das ist schon wieder viel zu viel durcheinander für mich jetzt hier. Oh, das ist schon wieder viel zu viel durcheinander für mich jetzt hier. Daneben. Hoppala. Und eigentlich habe ich jetzt keinen Bock auf einen Pfeil-und-Bogen-Kampf mit dir. Ich sehe ihn. Was ist dunkel hier? Oh, la, 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 la. Ich wollte gerade sagen, irgendwer hat doch eben auf mich geschossen. Macht das ein bisschen heller? Ja, das macht es tatsächlich heller. Natter Effekt. Tür. Arschloch. Was ein Arschloch. Boah, es ist... Abgang. Was ist das? Groß hier. Da könnte ich rüberspringen. Ich könnte es aber auch erst mal lassen, glaube ich. Kacke. Oh nein. Sterbe ich an so einem bescheuerten Mist, ey? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist der scheiß Schmetterling, der das Gift macht. Naja gut. Der Weg dorthin ist jetzt nicht so anspruchsvoll, meine ich. Ich werde wohl meine fünf Seelen, die ich ja letztendlich nur hatte, schon wieder kriegen. Zumindestens gehe ich davon aus. Schatz, du Arschloch. Hat er wieder einen Abgang gemacht, der hat er nicht. Ist die Tür offen? Ne, ist er nicht. Wird toll. Er macht's wieder kaputt, oder was? Ich nicht. Ist ja nett. Flammenschmetterling. Ja, das ist ein nettes Item eigentlich, muss ich sagen. Das gefällt mir ganz gut. So, irgendwo hier müssen meine Seelen sein. Guck mal her. Oh, ist das ja noch überlebt. Er ist letztendlich genau da runtergefallen, wo ich auch einen Abgang gemacht habe. Aber wie geil ist das denn? So, was habe ich hier? Eine Leiter. Das heißt, da geht es weiter. Ja, dann gehe ich erstmal hier weiter. Das heißt, hier wird jetzt wahrscheinlich dieser Typ stehen. Ah! Herrlich. Jetzt mal ohne Flachse. Die Bonfire sind aber wirklich nahweisam, finde ich. Immer wieder. Aber da muss es eins wirklich länger, viel, viel länger laufen. Umstoßen. Ich muss ganz sagen, der kann es auch bestimmt umbuken. Boing. Das heißt jetzt, das ist auch jetzt eine Abkürzung für mich, oder? Jo. Nice one. Das Item kriege ich bestimmt auch noch irgendwie. Hier hin war erstmal weiter. Oh, la, 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 erschrocken. Was macht er denn da? Ist das doof? Abgang. Wie hieß das hier nochmal? Jägerhallen oder so, ne? Ich weiß nicht, wo ich bin oder wo ich hin muss. Doch das ist mir egal. Pehner. Orangie in der Blüte. Da oben ist Licht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die Hälfte vergessen. Guck ich mal, wie ich da hinkomme. Später. Wer ist er denn? Schau mir, diese scheiß Schmetterlinge. Oh ne, ne? Ach komm schon. Ernsthaft? Yes. Hat er mich gesehen? Er hat mich gesehen. LOL, er hat mich gesehen! Was bist du für einer? Okay. Den kriege ich aber klein. Oui. LOL! Hm. Okay. Geht aber nicht mal eben so. Oh, den treffe ich nicht. Oh, hab ich ein Schwein. Noch jemand ohne Fahrschein? Nicht, dass ich sehen würde. Nacketal kommt. Giftiges Moos. Auch immer. Boah, hier ist so viel, ey. Muss ich mich einfach zurechtfinden. Hier ist einer, ey. Genial. Hier komm ich auch nicht rein. Das heißt, ich komm von irgendwo anders da rein. Soll ich mir da unten das Item. Weiß aber nicht, ob ich hier irgendwie wieder... Ach du Scheiße. Hochkomme. Zwei. Da sind zwei. Da entsteht doch noch einer. Der bewegt sich aber nicht. Hey, 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 hey. Bist du irre? Nein, nein. Nein, 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 nein. Boah. Ah. Wieso fehlt mir noch so ein bisschen die Taktik? Guten Tag. Bin ich jetzt da drin, wo ich gerade nicht reingekommen bin? Ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt schon hart verlaufen. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Achso, dann war ich tatsächlich auch schon da drin. Warte mal, ich war doch... Ne, das Ding war... Alter, ich weiß schon nicht mehr, wo ich bin. Ne, hier bin ich nicht reingekommen. Genau, und da war das Loch daneben. Alles klar. So. Jetzt habe ich wieder meine Orientierung. So halberlei. Halberlei. Hier ist nichts. Hier liegen zwei Items. Giftiges Moos ist jetzt nicht so meins. Und Lebensstein ist schon eher meins. Auch wenn es nur einer ist. Hier kommt noch eine. Gleiche. Hier geht es runter. Nach hinten ist ein Item. Und bestimmt auch ein Gegner. Da steht er auch schon. Nja, klar. So, glaube ich, nur einer. Oh, 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 oh. Ich nehme mal, dass Blitz irgendwie hat das... Das stunt, glaube ich, so ein bisschen mehr, das Blitz. Nein, platzlich. Alter, Vater, Vater. Mach was Ey, das kann nicht wahr sein Der macht mich total frisch So, jetzt ich Uiuiui Die sind schon ein bisschen anspruchsvoller Aromaschlick Das war irgendwas für eine Waffe, dass ich wahrscheinlich Giftschaden oder so einen Scheiß mache So, hier bin ich schon einmal drum herum gelaufen Da rein erinnere ich mich Hier war Sackgasse Das war das eine Da ging es auch nicht weiter Dann ging es jetzt hier oben weiter Na, was kann Au Oh Gott Oh Gott Pfeil flog gerade auch noch an mir vorbei, habe ich gesehen Leck mich doch am Arsch Oh Gott Lebensstein Nimm das jetzt Uff, Messer drauf geschissen Jetzt behalten Wer war das hier mit dem Pfeil Du da doch bestimmt Komm her Es sticht sich immer gegenseitig Ey, es ist total witzig Nein, es ist eigentlich nicht Was haben wir hier? Rechts Ich gehe nach links Das war ja klar Ich gehe nach links Ich gehe nach links